Hallo, grüß euch. Ich bin der Daniel Leiter. Ich bin heute wieder einmal mit den Jungs von Ötztal TV unterwegs. Wir sind jetzt zum Diefenbach hochgefahren und jetzt mit der Bahn ganz nach oben. Wir haben einen grandiosen Blick in die Bergwelt. Hinter uns ist der Wildspitz. Wir haben heute einen relativ starken Lupeneffekt in der Luft. Dadurch wirkt der Wildspitz so nah, dass man das Gefühl hat, man kann fast hingreifen. Aber genug der Schwärmereien. Ich denke, wir sollten jetzt eine Runde Skifahren gehen und schauen, wie es zum Fahren geht. So, jetzt haben wir einmal ein paar Schwünge gefahren. Es ist perfekt. Ein super Wetter, sensationell präparierte Pisten, ein super Pulver. Also, das macht richtig Spaß. Ich denke, wir werden jetzt noch ein paar Runden, weil es gerade so viel Spaß macht. Soda! Ja, das war jetzt echt ein super schönes Tag, wir haben viel Spaß gehabt und zu viel sein langsamiert. Wir werden es für heute lassen, vielleicht noch ein Bierchen trinken. Hoffentlich sehen wir uns im Winter noch ein paar Mal, ich wünsche euch alles Gute. Ciao, servus, viel Dank!